Einer der 14 Karkin-Prinzen soll in Wahrheit ein Kind von Beyond Netero sein, also ein Enkelkind von Isaac Netero. Und Korabika hat nun den Auftrag, dieses Kind zu finden. Und in dem Video gehen wir alle 14 Prinzen durch und überlegen uns, bei wem es mehr oder weniger realistisch sein könnte und welche Auswirkungen das auf die Story haben könnte. Prinz 1 Benjamin können wir direkt abhaken, weil Longhi in Kapitel 401 selbst gesagt hat, dass Benjamin nicht das Kind sei, weil Benjamin als erstes Kind vermutlich diesen Sonderstatus hat und es klar ist, dass dieses Kind von Nasubi selbst sein muss. Generell gibt es ja 8 Königinnen, die insgesamt 14 Kinder hervorgebracht haben und es würde für Beyond Sinn ergeben, dass er sich eine Frau geschnappt hat, die bereits ein Kind hatte, weil er sich ja in die bereits bestehenden Strukturen einschleusen wollte. Was bedeutet, dass die zweitgeborenen Kinder der Königinnen eine höhere Chance für mich haben, Beyonds Kind zu sein? Und das würde wohl perfekt auf Ceri zutreffen, der Prinz 4 ist und das zweite und letzte Kind von Königin Umna nach ihrem erstgeborenen Benjamin. Ja, Ceri gilt wohl als ziemlich großer Favorit, weil es storytechnisch denke ich wirklich am interessantesten wäre, da der Typ jetzt bereits Kultstatus erreicht hat und durch diesen Reveal noch legendärer werden würde. Es würde halt so viel erklären wie zum Beispiel sein unglaubliches Nennpotential. Er ist immerhin einer der größten Nenngeniestes, die wir in ganz Hunter Hunter je gesehen haben. Außerdem stelle ich mir eine Konfrontation zwischen ihm und Beyond auch interessant vor. Ich gehe nämlich davon aus, dass dieses Kind auch von Beyond benutzt wird und nicht über seinen wahren Vater Bescheid weiß. Und einen Charakter wie Ceri auf einen Charakter wie Beyond treffen zu lassen, stelle ich mir wirklich interessant vor. Zumal Ceri mit seiner Nennfähigkeit Beyond ziemlich bald übertreffen könnte. Also ja, bei jedem anderen Manga würde ich eigentlich sagen, dass Ceri 100%ig das Kind ist, weil es die spannendste Wahl für die Story ist. Ah, aber es ist ja im Hunter Hunter und Togashi macht oft Dinge, die nicht die spannendste Wahl für die Story ist, weshalb ich mir durchaus vorstellen kann, dass es am Ende jemand ganz anderes ist. Vielleicht sogar jemand komplett unscheinbares. Prinz 3, Sang Lee, Prinz 6, Tyson und Prinz 8, Sale Sale schließe ich dabei aber aus, denn die sind einerseits allesamt Einzelkinder von nur einer Königin. Und naja, Sale Sale ist auch schon tot und Tyson ist auch ein Prinz mit einer echt weirden Persönlichkeit, von der ich wirklich nicht glaube, dass die was mit Beyond zu tun haben könnte. Sang Lee ist da bereits schon interessant, aber der kommt mir fast schon wieder zu besonnen vor, um ein Kind von Beyond zu sein. Da fehlt mir irgendwie diese Verrücktheit der Neterogene, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ja, von all den Einzelkindern würde ich ihn noch am ehesten verdächtigen, vor allem da er ja schon eine Allianz zu Kurapika hat und das auch durchaus noch interessant werden könnte. Aber naja, wie ich in meinem Review bereits gesagt habe, glaube ich bei ihm ja sogar eher, dass der illegale Halbbruder von Nasubi und Chef einer Mafia-Familie Nilon Bao sein wahrer Vater ist. Denn nun wo wir wissen, dass Nasubi nicht der Vater von allen sein muss, kann es halt durchaus auch sein, dass es Prinzen gibt, die weder Beyond noch Nasubi als Vater haben, sondern nochmal jemand ganz anderen. Das würde halt noch mehr Komplexität hinzufügen. Und es könnte auch durchaus sein, dass die Kinder bei der Geburt vertauscht wurden oder irgendwie sowas, sodass Nasubi selbst vielleicht gar nichts davon weiß. Ja und das könnte sogar dazu führen, dass am Ende vielleicht sogar Marina das Kind von Beyond ist, weil die halt irgendwie vertauscht wurde und ganz ehrlich, das ist ein Gedanke, der mir auch sehr gefällt. Denn Marina wird irgendwie immer mehr als der Antagonist überhaupt aufgebaut, der die Welt zerstören will, sogar mehr als Ceri und ich könnte mir das durchaus sehr interessant vorstellen, wenn die dann mit Beyond in Konflikt geraten würde. Ja Marina war sogar die kolorierte Coverpage in diesem Kapitel. Dogashi legt also sehr hohen Wert darauf, sie uns immer mal wieder zu präsentieren. Sie war ja auch auf dem Cover des letzten Manga-Bandes, dass also je mehr ich drüber nachdenke, desto glaubhafter finde ich diesen Gedanken, auch weil Corabica dann in den Mafia-Krieg verwickelt werden würde. Abgesehen von Ceri und Marina gibt es hier doch noch eine dritte Möglichkeit, die ich für realistisch halte und zwar ein Kind von der zweiten Königin Duasol. Denn die hat mit vier Kindern die mit Abstand am meisten. Und es könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich hier ein fremdes Kind eingeschlichen hat. Ja wir hätten hier Prinz 2 Camilla, Prinz 5 Zubeppa, Prinz 5 Luzurus und Prinz 9 Haltenburg. Ja nur was soll ich sagen Leute, ich finde alle vier Möglichkeiten irgendwie gleichermaßen interessant. Camilla deshalb, weil sie eine ähnliche Fluchfertigkeit wie Beyond entwickelt hat und Camilla schon irgendwie crazy auch ist und ja, in Freundschaft zu Netero das irgendwie sogar ein wenig erklären könnte. Aber auch Zubeppa wäre mal wieder der Plotwist des Jahres, weil Longhi dann im Endeffekt ihren eigenen Prinzen jagen würde und sich wieder alles ganz anders entwickeln würde, wobei ich Zubeppa dann fast noch am unwahrscheinlichsten finde unter diesen vier Prinzen. Ja Luzurus ist ein Charakter, den ich deshalb für relativ wahrscheinlich sogar halte, weil er der Prinz ist, der bis jetzt die unbedeutendste Rolle und kleinste Screentime hatte und so ein Plotwist für ihn der Hammer wäre. Er scheint sich nicht wirklich für den Krieg zu interessieren und kifft lieber mit Basho die ganze Zeit, hat aber dennoch eine der Mafia-Familien unter sich, was schon zeigte, dass hinter ihm vielleicht doch mehr stecken mag als man glaubt. Er scheint auch ein komplettes Gegenstück zu Beyond zu sein und es wäre interessant zu erfahren, wie Beyond mit ihm umgehen würde, also mit jemandem, der eher gechillt ist und vermutlich gar keinen Bock auf Beyond hätte. Ganz im Gegensatz zu einem Cerro beispielsweise. Ja und dann hätten wir noch Haltenburg und hier bin ich auch wirklich zwiegespalten irgendwie. Ich meine, Haltenburg ist auch ein Genie und es könnte durchaus daran liegen, dass er ein Heterogene hat, aber ich finde, dass Haltenburg jetzt bereits einer der interessantesten und bestgeschriebensten Prinzen ist und da brauche ich diese zusätzliche Komplexität in seinem Charakter eigentlich gar nicht wirklich. Passen würde es aber irgendwie dennoch, denn Haltenburg will das Battle-Royale-System abschaffen und zu sehen, wie er mit Beyond umgehen würde, wäre schon auch interessant. Außerdem ist er eben auch bereits ein Verbündeter von Korapik und es könnte wieder zu Spannungen zwischen ihnen führen, wenn er ihn nun verraten müsste. Von Prinz 10 bis Prinz 13 halte ich es dann aber für relativ ausgeschlossen, dass sein Kind dabei ist. Die sind halt einfach so schwach aufgestellt, dass es ein viel zu großes Risiko für Beyond gewesen wäre und das Kind viel zu früh hätte sterben können. Also zwei dieser Prinzen sind ja immerhin wirklich bereits tot. Es gibt jedoch noch eine letzte Theorie, die ich für sehr spannend und wahrscheinlich halte und zwar, dass Oito in Wahrheit ein Kind von Beyond ist, ohne dass dieses weiß. So hätte Beyond also nicht sein Kind als Thronfolger in den Kriegerschmuggel, sondern sein Enkelkind in Form von Wobel, was dann auch das Urenkelkind von Nistik Netero wäre. Und er hätte es bestimmt irgendwie auch zertricksen können, dass Wobel genau kurz vor der Reise auf die Welt kommt und wer weiß schon, vielleicht ist es auch wirklich sein Kind und er hat es irgendwie mit Oitos Kind vertauschen können oder sie manipuliert oder was auch immer. Mit Nennen gäbe es da ja genug Möglichkeiten. Also diese Theorie halte ich deshalb für mega spannend, denn dann hätte er ein Baby, das er quasi noch komplett frei manipulieren und formen kann und vielleicht beherrscht das Baby auch schon Nennen, weil Beyond irgendwas mit ihm angestellt hat. Es gibt ja immer noch diese ungeklärte schwarze Wolke, die von Wobel bei der Beginn der Reise ausgegangen ist. Und das könnte auch den Angriff des Silent Majority-Typen erklären, der direkt Gefahren für Wobel beseitigen wollte, indem er alle Karkin-Wochen gedötet hat. Und es würde sogar erklären, warum Beyond drei seiner Leute bei Wobel stationiert hat, also Bill und die beiden anderen Hunter, die bereits gedötet worden sind. Am Ende ist es vielleicht nicht mal ein Zufall, dass Corabica bei Wobel gelandet ist und selbst Corabica wird die ganze Zeit bereits von Beyond benutzt. Und es wäre auch deshalb so ein krasser Twist, weil Beyond dann quasi seit Tag 1 des Arcs seine Finger im Spiel gehabt hätte. Ja, eigentlich ist es erstaunlich, wie viele Puzzlestücke diese Theorie erfolgreich miteinander verbindet und deshalb ist es auch in Wahrheit mein Favorit zur Zeit. Es würde auch sehr viel Spannung für die zukünftige Story bringen, wenn Corabica dann erfährt, dass er die ganze Zeit nach Wobel gesucht hat und in Wahrheit Bions Kind oder Enkelkind all die Zeit bereits selbst beschützt hat. Außerdem wäre es auch dann spannend zu sehen, wie er Longhi das beibringen würde, ohne seinen Vertrag zu verletzen. Also ja, eigentlich bin ich mir zu 90% sicher, dass Wobel die Person ist, die Corabica und Longhi suchen. Es würde schlussendlich sogar klären, warum Wobels Wachen alle gedötet wurden, ohne dass sich ein Fluch aktiviert hat, weil Beyond bei seinem eigenen Prinzenkind slash Enkel natürlich kein Fluchkind platziert hat. Wobei danach in absteigender Reihenfolge auch noch Marina, Luzurus, Ceri, Haltenburg oder zu Pepper für mich in Frage kommen. Beyond wollte am Ende des Kapitels ja mit einer Person sprechen und vielleicht wird das sogar Corabica sein, den er einwähnen wird oder auch Bill und wir erfahren dazu im nächsten Kapitel bereits mehr. Aber was denkt ihr, wen haltet ihr am wahrscheinlichsten oder habt ihr vielleicht noch ganz andere Theorien? Lasst uns gerne in den Kommentaren diskutieren und ich bin schon echt gespannt, wie es weitergehen wird. Okay, tschüss.